Hi Freunde, da sind wir wieder. Wir sind im neuen System, in Braham. Und jetzt gucken wir mal, dass wir in der Hauptmission weitermachen. Kann man auch kurz Zeit haben, um zu gucken, oder werden wir gerade angekommen? So, Hauptmission. Find out why Maddox last to Andaro and Caid Nebula. Da muss man ja Geld mit Sprecken haben. Das ist unser gelber Marker. Da sehe ich nichts. Neb? Ne, wo da sind wir? Wo müssen wir da jetzt hin? Die ist doch getrackt, ne? Aber ich sehe nichts, Leute. Was ist das? Ah. Das ist es, was wir tun haben. Wir haben uns zu fangen. Wir haben uns zu fangen. Jetzt haben wir uns zu fangen. Ja, du hast was ich zu machen. Das ist schifft. Lecker ist zu fangen. Das ist schön, dass es hier zu fangen ist. Ich bin nur Luton verkaut. Wer schießt nochmal sonst? 3 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 5 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 6 5 6 5 6 5 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 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 9 10 11 11 11 11 12 12 14 0 46 14 15 15 15 15 15 15 15 20 15 ruhig vor. Na, zuerst? Eine Coilgun? Wollte mich hier der Typ hier einhalten? Ja. Wo kommen wir denn? Ist noch ein Level ab? 2 von 3. Fire Support Level 2. Wie können wir ihn denn eigentlich rufen, ey? EMP Missile Launcher. 40.000, erwarte erstmal. Wie können wir den Airlag eigentlich rufen? Wie können wir den Airlag eigentlich rufen? Das ist eine Frage, ne? So, wir suchen hier weiter. Diese Skeletons surely are impressive. Is there anything you can tell me about them? Hi. Sie belong to a species named Cetacea athoriensis. Cetacea athoriensis? They are believed to be extinct, however a handful of sightings have been reported around gas giants in the Cape Nebula. These sightings have been discredited due to the unreliable veracity of the claims and are regarded as folklore. I guess the squiggles on Maddox's drawing are supposed to be the skeletons. I'm no art critic, but this needs a lot of imagination. I am detecting an encrypted signal from within the subspace range. It could be from the person you are seeking, but we must locate its transmission point to read it properly. Okay, subspace. And what do we need to do? Simpli locate and approach the signal origin. Signal finden, localisieren. There is something again, look at me. Let me try to see. Let's see. Can I shoot? No? 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 Jetzt holt's er die Wälder. Ja. Ja, wir sind verraten. Ja. Ich bin einer mit ihnen geworden. Without a purpose, wir sind all but meaningless Flakes in Zeit und Space. Wow, okay. Well, if that is him, all those years sitting on this rock must have driven him. There are no signs of dead or decaying life in this vicinity either. He must have departed. Das ist so, okay. There appears to be another similar signal nearby, although much weaker. Some of the wild life is causing electrical interference. Let's take care of that and get to the bottom of this mystery. Get rid of our jellyfish creatures. In the second team. Re-adjustmenter here, the... Dings? Oder was? Skeletor? Was ist das für die Geräusche? Was ist das für die Geräusche? Ich bin aber sicher. In der Early Access tatsächlich jetzt angekommen. Wir haben hierbei ein neues Signal, aber ist das hier, wo wir gerade sind? Oder soll man mal reisen? Das ist jetzt die Frage. Riesenviecher. Schädigt ihr uns eigentlich? Testen, testen. Hm. Ein Augenblick. Ich glaube, wir sollen einfach nur die Quellen wegschlucken. Oder? Wir haben zwar keinen Counter hier, aber das sind die. Jellyfish ist doch sowas. So cute. Sorry, little dude. So cute. Sorry. I know they can survive. Shouldn't these guys be in water? The Medusauria filter gas and trace nutrients from particles in the nebula for sustenance. How they adapted to thrive in this extreme environment is a fascinating feat of evolution. Cool. Das stimmt. Das ist so gut. Du musst aber erstmal gucken, was die Schädel Mann für stürtet. Qualle ist nicht so unangenehm schrecklich, also ja, aber ich sollte mich vorbein sprechen im lehren Englischen. Get rid of all jellyfishings. I am receiving a much stronger reading now. Ah, die haben gestört, okay. Locate the source signal. Wo ist der Pink in der Erklärung? Ist es weg? Ist das woanders? Ist das woanders? Ist das woanders? Kriegen wir denn volle Gestärke? Ja. Ja. Ich habe wettet und ich bin patient, obwohl ich ein Träubling Sensation fühle mich. Wenn das ein Distress Call ist, dann muss ich meine Protokolle beherrschen, dass ich eine Saison zu suchen. Dax, Maddox, ich muss diesen ungewöhnlichen Begriff suchen. Das ist ihm alles gut. Es scheint, dass er star-mad und wandert. Es ist noch eine Chance, dass er hier irgendwo ist. Das ist ein Qualitäts-Germin. Ich weiß noch ein Signal noch. Ich habe noch ein Signal noch gesehen. Ich habe noch ein Signal noch erkannt. Ich werde die Elektronik beim Ziedeln gehen. Ich lege uns die Böderclen auf. Signal. Sirene. Das ist ein Problem. Ich habe da noch eine PIN auf. Das ist das eine Perulsmaschine im Hintergrund. Es ist das, wenn es ein Bogd baj kommt. Das ist das, wenn man so einen Angriff-Germin einsetzt. Es ist das, wenn ein Blatt ist das, wenn der Schlag kommt. Es untert und ich arbeite. Was ist er so? Was ist er? Es geht um, aber nicht auf einer Waffe, ich weiß. Es ist ein wunderschönes Angriff. Ich muss weiterführen, um es zu finden. Die einzige Möglichkeit, die ich zu erreichen, ist, dass ich über die Ithorian Fault. Ja, du bist. Was ist das, Matt? No doubt. Question is now, how far did he go? I'll be by the select. His movements make little sense to me. Yeah, it's a little weird. Let's just follow his trail and see what we pick up. Okay, go to the off-frame fort. Hey, Maddox. I think we got a lead on Eduardo. Seems like he went a little nuts and left on a walkabout. He wouldn't leave his post without a damn good reason. Let me know, when you find him. Eduardo also follows a signal. I don't know what that is. What is this subspace anyway? And how are signals seedling? Specific data can be written to and read from subspace, working as a limitless, non-physical and timeless data storage that exists everywhere and anytime in the universe. Sounds plausible. Sounds plausible, right? What's the link in there? What's Ori and Reef? What's Ori and Reef? The ca$%&n is a N-80... Nothing yet? I? I detect the faintest stinking of the signal. SIGNAL wrong... Signal wrong... Hey Delia, how's the situation back on base? Well, Maddox certainly is a handful, and he won't shut up about being awful rich soon. I'm considering using one of those tranquilizer darts on him. Sounds like the situation is under control. I'm not sure. Traversing the expanse is proving difficult by bouncing between asteroids alone. I have eliminated the local flora and fauna as the source of the call, and now must fashion a means to move myself closer to the source. Okay, so he seems determined to find something. Another sickness? Good. I was starting to worry we had lost the trail. Oh, he's also a footloose. Was ist das? Wo ist es, wenn ich heute sage, habe ich mir vor Schäden gekriegt? So, wir haben noch einen 7. Anzug zu folgen. Das ging. So. Die Richtung. Oh, das ist gut. Ich bin warm. Dax, Maddox. Ich bin auf der richtigen Weg. Ich bin auf der richtigen Weg. Seine Algorithmen sind eine Art von Schönheit. Ich muss seine Grunde finden, um ihre Grunde zu finden. Ich muss seine Grunde finden, um ihre Grunde zu finden. Ja, wir müssen es rausfinden. Genau. Oh. Ein weiteres Signal. Ich bin ein Sensor. Hi. Und du bist so fasziniert von diesem Mysterium, wie ich bin. Und du bist so fasziniert. Ja, wir müssen den anderen Signal öffnen. Ja, wir müssen den anderen Signal öffnen. Das ist ja nur ein Sensor. Das ist ja nur ein Sensor. und Biomassen Weißgiftieren . 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 Trying to move . . . Okay. It marks the spot. We come around. Manblazer. It's unruhierter then. Na gut, then it's unruhierter. And where? There might be something around here that I can use to get rid of them. Okay, we have to start here first. To work the things again. Maybe we can find a shield. You can get rid of these. Really? No, no. Okay. We've got to go do the same. Okay. We have to go do it. Das Signal kommt von woanders hin. Wir müssen das noch so umgucken, das schafft man das irgendwie gar nicht. Noch mal eine Rune zum Drehen. Das ist eine zum Grappen. Wir müssen mal gucken, wie wir sie drehen müssen. Wenn wir die Symbole rausbekommen. Guck mal eine bestimmte da rein. So, hier ist ein Zeichen. Vielleicht sollen wir das annehmen. Was ist das? Die Witzelraten angesagt. Gibt es auch so ein Zeichen? Okay. Vielleicht können wir damit nichts zu tun. Ist dasselbe drauf. Ah, hier ist auch nochmal ein Symbol. Das ist aber nicht drin. Das sind schon Bedrehtungen, glaube ich. Ja, wir müssen erstmal das finden, wie wir das hier drehen sollen. Kannst du irgendwas einmachen? Gute Frage. Sind hier auch die gleichen auf der Seite gewesen? Das hier? Das hier? Das heißt, müssen wir dasselbe machen. Ändert sich der Lichtstrahl? Der Rest muss einfach aus. Ach, da. Dahinter das Ding. Das ist doch richtig. Da ist das Z. 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 Punkt, Wo ist denn da rein? Ich muss hier einen Schalter führen. Oder muss das Ding in eine andere Richtung zeigen? Zu dem Ding? Welche Richtung muss das sein? Oh, natürlich. Kuh einander. Ja, zueinander. Jetzt können wir geballert haben. Okay, was haben wir gerade gemacht? Wir haben nur eine Kiste aufgedeckt. Ich habe gar nichts zu tun gehabt. Tatsächlich. Super. Okay, Leute. Machen wir in den nächsten Video weiter. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ich versuche wieder auf den Line zu kommen. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen.